Das ist wirklich sehr befriedigend, wenn man sagt, okay, jetzt habe ich es geschafft, wir haben das Problem geknackt. Und ja, klar, letzten Endes macht es einen stolz, also keine Frage. Hi, ich bin Jonas und Technical Consultant bei der Entity Data. Ja, ich bin Pathfinder, weil ich gemeinsam mit dem Kunden neue Ideen und innovative Ideen entwickle, an denen feile und bastle und gleichzeitig auch zur Umsetzung bringe. Da hatte ich auf jeden Fall schon mehrere, wo ich sagen muss, da bin ich echt stolz drauf. Da haben wir auch wirklich langfristig einen positiven Impact auf unsere Gesellschaft. Aber nicht nur diese Projekte waren bis jetzt für mich Highlights persönlich, weil es gibt dann andere Projekte, wo wir dann vielleicht auch mit Legacy-Software arbeiten, wo man genauso viel lernt, wo man genauso viel mitnimmt. Also es muss jetzt nicht immer das große Leuchtturmprojekt sein bei uns, um einen Fortschritt in der eigenen Weiterentwicklung sehen zu können. Wir haben wirklich ein freundschaftliches Verhältnis miteinander und fördern wirklich uns gegenseitig. Wir treiben uns gegenseitig an. Wir bekommen viel Unterstützung, wenn man sich auch auf Zertifizierungen eben vorbereiten muss. Und auch wirklich, wenn es um die eigene Karriere geht, man bekommt jedes Mal Hilfestellung, man bekommt Tipps, was man eben als nächstes machen sollte, wie man sich weiterentwickeln kann. Und da ist wirklich jedes Feedback, was man bekommt, wertvoll. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.